Hallo, hier ist Markus. Heute ist Sonntag, der 24. Mai und ich wünsche euch den besten Tag eures Lebens. Wenn die Dinge in unserem Leben gut laufen, sind wir voller Selbstvertrauen und Selbstsicherheit und glauben, wir könnten ganz gut ohne Freunde und deren Hilfe auskommen. Wenn unsere Position und unser Ansehen jedoch unsicher wird und unsere Gesundheit sich verschlechtert, dann erkennen wir schnell und schmerzhaft, wie falsch wir mit unserer Sichtweise liegen. Passt auf euch auf und das Schönste, was es gibt in unserem Leben, sind Freundschaften. Die hütet wie ein Augapfel. Den Rest könnt ihr umgehen, wie ihr wollt. Ich finde wirklich, das, was uns Menschen verbindet, ist das, was uns wirklich zu Menschen macht. Das, was uns Menschen verbindet, ist das, was uns Menschen verbindet.